So, die YI Kamera mit dem YI Gimbal. Der Modus, dass die Höhe und die Richtung angepasst wird, je nachdem wo man hin zeigt. Das Problem ist jetzt, ich möchte meinen Hund filmen und ich bewege mich da langsam. Okay, jetzt ist der Hund weg, jetzt fühle ich nur noch den Sessel. So, jetzt bleibt hier der YI Gimbal so komisch stecken, ruckelt. Wenn ich etwas hebe, dann führt er die Bewegung aus. Genau das Gleiche, ich hebe ihn. Sobald das hier etwas tiefer gehalten wird, schafft er es nicht mehr, die Kamera richtig auszurichten. Wenn ich das Ganze hebe, dann macht er es wieder richtig. Wenn ich hier horizontal bleibe, dann geht es. Aber die Kamera zeigt dann zu hoch. Jetzt mache ich das mal senkrecht hinunter. Okay, das macht er. Das ist ein Winkel von 45 Grad. Das hat er jetzt auch gemacht. Nämlich. Gleich. Gleich. Ja, jetzt zeigt er in eine völlig falsche Richtung. Passt denn. Gleich. Darf sein. Dann steht er hier sogar an. Vielen Dank. Klingel